So, heute fahren wir jetzt mit der Bahn zum Schwarzsee. Der müsste da oben irgendwo sein und dann machen wir da einen Rundweg. Ach, da ist der Seger schon. Das ist eine Landschaft hier, das ist wirklich unbeschreiblich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist wirklich ein unbeschreiblicher Unglück in dieses Tal darunter mit dem Horn da oben drüber. Kann man nur sagen, Glacier Trail, 10 von 10 Punkten, lohnt sich sowas von. Gut, wir erreichen wieder die Schwarzkopf-Wertbahn. Das stimmt nicht, dass die hören wieder, die Schwarzkopf-Wertbahn ist unten am See. Dann sind wir wohl noch nicht an Sie. Sieht aus, als müssten wir dann da vorne noch wieder absteigen. Ah ja, da ist die Schwarzkopf-Station. Okay. 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 Musik 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 War es dann aber wahrscheinlich mit Matterhorn Das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht normal sehen Vielleicht das Auf der Heimfahrt machen wir vielleicht hier wieder an Bord unten sind Musik 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 Musik